Das sind jetzt die Junior-Fontänen von Funke. Ganzjahresfeuerwerk, sechs verschiedene kleine Fontänen. Hier auf der Seite sieht man einmal die Zusammenstellung. Silberchrysantheme, platzende Silberchrysantheme, Blüten, Kornblume, blaue Sterne, Weißblinker, weiße Blinksterne, Goldchrysantheme, platzende Goldchrysantheme, Blüten, Reißblüte, Reißblütensterne und Grünblinker, grüne Blinksterne. Das Ganze sind Junior-Fontänen der Kategorie F1, Preis und wo gekauft, in der Beschreibung. Die sind so gepackt, alle unterschiedlich, schauen wir uns mal der Reihe nach an. Und machen den Anfang mit der Reißblüte. Dann haben wir einmal die Silberchrysantheme. Die Kornblume. Die Kornblume. Als nächstes die Goldchrysantheme. Der Weißblinker. Und der grünen Blinker. Der Grünen. Untertitelung des ZDF, 2020